... und das ist jetzt für alle Menschen, die kennengelernt haben, das mit Fahrzeugen angefangen, dann wird Flugzeug weitergemacht und liegt jetzt seit 33 Jahren. Beim WOMRINE ist die einzige Sintima-Konvention, die es in Europa gibt. Das Flugzeug wurde 1942 in Australien entwickelt. Während des Zweiten Weltkrieges erst eins war, dass auch die Australien eine Luftvaternion gegen die Japaner war. Und ziemlich schnell wurde dieses Flugzeug zum Flug gebracht. 42,5,5,5,3 und die Ausfahrt gehen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020